Musik In Kanadas Natur gibt es zahlreiche Tiere und Pflanzen, die immer wieder faszinieren. Die wunderschönen Seen und die unberührte Natur sind Kanadas Ass im Ärmel. Beim Wandern um die Seen wird man immer wieder an seltsamen Ansammlungen von Holz und Gestrüpp auf dem Wasser vorbeikommen. Dies sind Biberdämme. Die Biber bauen hier emsig ihre Unterkünfte und dies sieht teilweise spektakulär aus. So findet man bei einem Spaziergang am See immer wieder solche Bauten und wenn man Glück hat, auch den ein oder anderen Biber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017